Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Eigner Business Solutions. Heute das große Thema NIST 2, Anforderungen, Bedeutungen, Umsetzungsmöglichkeiten. Mein Name ist Tobias Damasko, CEO der Eigner Business Solutions. Mein Name ist Manuel Wanka, Sina-Manager von Eigner Business Solutions. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema NIST 2. Manuel, unser Experte für das ganze Thema Informationssicherheit, Thema NIST 2-Richtlinie. Manuel, was ist das und warum gibt es das überhaupt? Ja, Tobias, die NIST 2-Richtlinie oder im Grunde zweite Version der Network and Information Security-Richtlinie wurde eingeführt, um im Grunde die neuen Cyber-Sicherheitsanforderungen entsprechend umzusetzen, dem ganzen neuen Wind zu geben. Die erste Version, wie wir wissen, ist aus 2016 und in der Zeit hat sich relativ viel geändert und diese neuen spannenden Themen sind jetzt in NIST 2 erforderlich umzusetzen. Superspannendes Thema, Manuel. Aber ab wann gilt jetzt dann diese NIST 2-Richtlinie? Die NIST 2-Richtlinie trat Anfang des Jahres 2023 in Kraft und ist seit diesem Zeitpunkt rechtsgültig für alle EU-Mitgliedstaaten. Wir als Deutschland warten allerdings gerade darauf, dass sie in nationales Recht umgesetzt wird und dadurch dann rechtskräftig auch im Grunde für alle deutschen Unternehmen wird mit der Frist Oktober 2024. Dann ist ja eigentlich nicht mehr viel Zeit, Manuel. Erklär mir doch mal, warum wurde überhaupt so eine Gesetzesänderung notwendig? Ja, die Gesetzesänderung geht damit einher, dass damals noch der Bezug zur Cybersicherheit und die Herangehensweise zur Cybersicherheit von jedem Mitgliedstaat noch eine andere war. Und da möchte man jetzt einheitlich vorgehen und deshalb auch diese Änderungen in NIST 2. Okay, spannend. Und für wen gilt dann die NIST 2? Die NIST 2-Richtlinie gilt im Grunde für wichtige und wesentliche Unternehmen. Das sind Einstufungen, die je nach Unternehmensgröße und je nach Branche damit zu tun haben, in welchem Bereich ich falle. Als Beispiel Postkurierdienste, die Abfallwirtschaft fällt in wichtige Bereiche, zum Beispiel Gesundheitswesen, Banken, Verkehrswesen, fällt in die Wesentlichkeit, in die hochkritischen Bereiche. Eine Wichtigkeit gibt es auch noch. Mittlerweile oder künftig wird NIST 2 schon für 50 Beschäftigte sowie Unternehmen mit 10 Millionen Jahresumsatz verpflichtend werden. Und da werden sehr, sehr viele Unternehmen letztendlich darunter fallen. Und nicht nur für Unternehmen in Deutschland, sondern auch für Unternehmen in der Europäischen Union wird es teilweise tragen werden, wenn sie in Deutschland Leistung erbringen. Okay, vielen Dank, Manuel. Dann wissen wir jetzt schon mal, für welche Bereiche das Ganze gilt. Was für mich jetzt noch relevant ist, vielleicht kannst du uns Beispiele geben, was am Ende des Tages das konkret für die Unternehmen bedeutet. Ja, gerne. Also grundsätzlich, Network and Information Security-Richtlinie sagt ja schon aus, dass sehr viele Kernthemen in der Informationssicherheit relevant sein werden. Also das geht vom Thema Incident Management. Wie gehe ich dann um mit erweiterten Inzidenzen im Sinne von Business Continuity Management? Auch das ganze Thema Risikobewertungen als das Kernelement der Informationssicherheit wird natürlich eins der tragenden Themen sein. Und weiter oder darüber hinaus werden auch Netzwerk-Security-Themen mit on board sein, um das Ganze umsetzen zu müssen. Okay, super spannend. Vor allem würde mich jetzt interessieren, weil ich weiß, es ist ja ähnlich wie bei der DSGVO auch, das ganze Thema Security Incident Management. Gibt es hier auch Abläufe oder Regelungen oder vielleicht sogar Vorgaben, wann dann so ein Sicherheitsvorfall gemeldet werden muss? Ja, auch da gibt es Neuerungen. Und zwar ist davon auszugehen, dass der Meldeprozess bei weitem strenger wird, wie er noch davor war. Und zwar gibt es mittlerweile oder wird es die Frist geben, innerhalb von 24 Stunden die Erstmeldung durchzuführen. Anschließend innerhalb von 72 Stunden die Erweiterung. Die technische Erweiterungsmeldung durchzuführen und spätestens nach einem Monat an das BSI, Bundesamt für Sicherheit der Informationstechnik, eine Abschlussmeldung zuzusenden. Hintergrund ist der, weil man auch da eine Vereinheitlichung der Meldung möchte und dadurch dann auch entsprechend schneller den Reaktionsprozess gestalten zu können. Wenn man dann so eine Meldung an das BSI übermittelt, Manuel, wer ist dann am Ende derjenige, der die Gesamtverantwortung für so einen Incident trägt? Und die Gesamtverantwortung dieser Management-Systeme trägt ganz einfach die Geschäftsführung oder der Vorstand. Und das ist auch nicht delegierbar. Und das wird nochmal ganz klar so in NIS II klargemacht, dass man hier definitiv eine persönliche Haftbarkeit mitunter hat und diese Verantwortung eben nicht delegieren kann. Wenn jetzt das Management persönlich haftbar ist, Manuel, und das auch so in der NIS II-Richtlinie drinsteht, gibt es dann auch Angaben zu den Sanktionen, was am Ende dann demjenigen drohen kann? Ja, es gibt eine Bußgeldtabelle beziehungsweise einen Bußgeldtatbestand zu dem ganzen Thema NIS II beziehungsweise Umsetzung und dahingehend Verstöße der nicht umgesetzten Themen. Man spricht von bis zu 10 Millionen Euro oder 2 Prozent des weltweiten Gesamtumsatzes, je nachdem welcher Betrag der höhere ist. Und das unterstreicht tatsächlich die Ernsthaftigkeit dieser Cybersecurity-Richtlinie und sollte jeden anhalten, diese Themen auch entsprechend umzusetzen. Das kennen wir ja mittlerweile schon aus der DSGVO heraus. In der DSGVO ist es ja ähnlich geregelt. Da sind es ja bis zu 4 Prozent des Gesamtumsatzes. Das heißt, es kommt immer mehr auf die Unternehmen zu. Es wird immer teurer, wenn man sich nicht daran hält. Hier ist wahrscheinlich ganz klar oder ziemlich sicher unsere Empfehlung, das Thema Informationssicherheit hoch aufzuhängen, Management Attention dran zu hängen. Noch dazu, wo man jetzt ja auch persönlich mithaftbar gemacht werden kann. Gibt es denn deinerseits eine klare Handlungsempfehlung, wie man jetzt vorgehen soll? Wenn du meine Handlungsempfehlung hören möchtest, dann würde ich sagen, relativ zeitnah in das ganze Thema NIS2 einzusteigen, sich Gedanken zu machen, welche Themen man tatsächlich umsetzen muss, auch in welchen Sektor man fällt, beziehungsweise ob man auch in diese Schwellwerte mit reinfällt. Und dann eventuell, wenn man selber das Know-how im Unternehmen nicht hat, entsprechend externe Unterstützung zu holen, um hier wirklich themenbezogen, Step-by-Step die Umsetzung deines Zweieinforderungen vorzuführen. Externe einzubeziehen, Manuel, hast du gerade erwähnt. Ich meine, wir beraten ja auch zu 27001. Wenn ich schon als Unternehmen 27001 zertifiziert bin, vielleicht auch TSACs, und dieses Thema NIS2 ist für mich relevant, kann ich dann auf meinem bestehenden Management-System aufbauen, oder brauche ich ein komplett neues System? Durchaus, ja. Also es ist sogar empfohlen, wenn man schon ein funktionierendes Management-System hat, wie zum Beispiel die ISO 27001 oder TSACs, dann kann man dadurch natürlich gewisse Anforderungen, die auch in NIS2 gefordert werden, umsetzen. Angenommen, das Thema Risikomanagement ist eines der Kernthemen der Informationssicherheit und dadurch hat man natürlich einen Vorsprung gegenüber Unternehmen, die bisher im NIS2-Bereich oder im Information Security-Bereich noch gar keine Themen umgesetzt haben. Also in dem Fall ganz klare Empfehlung, bestehende Management-Systeme zu nutzen und dahingehend weitere Themen zu eruieren und umzusetzen. Vielen Dank, Manuel. Fazit an der Stelle von meiner Seite. Die NIS2, eine EU-Richtlinie, die veröffentlicht worden ist, bald greifen wird. Einige Unternehmen werden davon betroffen sein. Es bedeutet aber auch, hier ist die persönliche Management-Attention hier angelegt und auch notwendig. Das Management ist auch persönlich haftend sogar. Das habe ich mir mitgenommen. Wir können auf 27001 oder bereits bestehende Management-Systeme zurückgreifen. Notwendig ist es auf jeden Fall hier nachzuschärfen. Externe Consultants können hierbei helfen. Wir sind ein Unternehmen davon, das Sie am Ende hier auf jeden Fall unterstützen können. Manuel, dein Fazit. Ich denke, eine der größten Herausforderungen wird sein, Unternehmen, die bisher noch nichts im Cybersecurity- und Informationssicherheitsmanagement getan und umgesetzt haben, davon zu überzeugen, gewisse Maßnahmen beziehungsweise in gewisse Maßnahmen zu investieren und diese in der Praxis umzusetzen. Und daran wird man, denke ich, erkennen, wie schnell manche Unternehmen die Affinität gewinnen, um hier die Anforderungen umzusetzen, wie im Rahmen Business Continuity Management, Cyber Incident Management, aber auch im Supply Chain Management. Das sind alles Themen, Kernthemen, die letztendlich umzusetzen sind und wo letztendlich auch eine ISO 27001-Zertifizierung, die man eventuell schon umgesetzt hat, absolut unterstützen kann. Also kann man eigentlich zusammenfassend sagen, Einhaltung von NIST 2, ISO 27001 oder TSACs greifen am Ende oder zielen auf die gleiche Schiene hinaus, Cyber Security Abwehr, Verbesserung des Informationssicherheitsniveaus. Ich denke, wir als externe Berater können auf jeden Fall dabei unterstützen. Sollten Sie Bedarf haben, kommen Sie gerne auf uns zu, schreiben Sie uns an info.eignerbusinesssolutions.com oder besuchen Sie unsere Webseite, abonnieren Sie unseren Kanal und bleiben Sie up to date. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.